Mein Name ist Uwe Walter von der Uwe-Walter-Gruppe in Dortmund. Wir vereinen sechs Handwerksunternehmen mit 28 Mitarbeitern seit 1994. Das ist Paul, unsere Zukunft. Das ist Jamie, die Zukunft unserer Zukunft. Du suchst nicht nur eine Ausbildung, sondern eine berufliche Zukunft, möchtest einen Einblick in die Vielfalt von sechs Handwerksunternehmen bekommen und hast noch handwerkliches Geschick, dann bist du hier bei der Uwe-Walter-Gruppe vollkommen richtig. Als familienfreundliches Unternehmen bieten wir nicht nur die tariflichen Leistungen. Wir bieten auch einen persönlichen Maschinenpark, steuerfreie Tankgutscheine, persönliche Kleidung, Firmenfahrzeuge, Fahrgeld, ein Weiterbildungsangebot, Chiropraktiker-Anwendungen, aber auch einen Notfallkinderplatz. Ich bin Niklas, ich bin Azubi bei der Uwe-Walter-Gruppe. Mir gefällt es besonders hier, weil man immer weitergebildet wird. Die Teamkundigen sind super drauf, man wird sehr viel unterhalten und man hat Spaß in der Arbeit. Wenn wir dich hiermit überzeugen konnten, dann bewirb dich jetzt nur mit einem Klick ohne Bewerbungsunterlagen.